auch jetzt wieder gefährlich und da ist reuss und es steht 3 0 nach 25 minuten und 10 12 13 sekunden ist dieses halbfinale durch so leid es mir tut ordnung fehlt da hinten dann völlig reuss nachdem er eben für die vorbereitung gesorgt hat jetzt mit seinem tor zum finale also mir jedenfalls fehlt etwas die fantasie um daran zu glauben dass die ksv holstein kiel hier in den verbleibenden 65 minuten kein gegentor mehr kassiert und b zumindest mal drei selbst schießt 3 zu 0